Hallo und herzlich willkommen zu diesem Erwärmungsvideo. Dieses könnt ihr gerne vor jeder Sporteinheit anschauen und mitmachen. Wir wünschen euch viel Spaß und sportfrei. So, wir fangen mit der Erwärmung an, ein lockerer Marsch und fangen mit Schulterkreisen nach hinten. Schön große Kreise nach hinten, so noch viermal, drei, zwei, eins und das Ganze jetzt nach vorne. Wir kreisen nach vorne, gut, noch vier. Drei, zwei, eins. Wir kommen zum Step-Touch, locker von einer Seite zur anderen mit Tap, Tap. Gehen erstmal nur auf die Beine, die Arme pendeln mal locker vor-zurück, schwingen die Arme vor-zurück. Und gehen zum Boxen über, Boxen nach vorne. Jawohl, Boxen. Und das ganze Boxen dann nach oben. Dann gehen wir zum Boxen zur Seite über. Ein bisschen Koordination, rechter Arm, Boxen zur Seite, linker Arm, Boxen nach oben. Rechtsseite links hoch. Und dann wechseln wir das ganze, rechter Arm nach oben, links zur Seite Boxen. Und kommen mal locker zum Seite, pendeln die Arme dabei seitlich hin und her. Und gehen leicht in die Rumpfdrehung. Rumpfdrehung. Nach hinten. Jawohl. Gut. Jetzt der rechten Arm, linke Seite im Wechsel. Ausatmen, strecken den Arm, seitlich gedreht und dabei ausatmen bei der Drehung. Kommen wir den Arm über den Kopf nach oben, machen wir uns lang, strecken uns, die Seite dehnen und kommen zur diagonalen Bewegung, Ellbogen, Knie. Das Knie nach oben, Ellbogen, Knie. Vier, drei, zwei, eins und jetzt oben Stopp, Halt. Und weiter geht's nochmal. Vier, drei, zwei, eins und oben Stopp. Gut, halten. So, lockerer Marsch wieder, Arm, Pendeln vor, zurück. So, Beckenkippung üben und die Hacke nach vorne. Erstmal nur die Hacke im Wechsel. Hacke, Zehenspitze zum Schienbein ziehen. Kommen wir dann zur Beckenkippung. Kippen das Becken nach hinten. Vor, zurück. Jawohl. 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 Schön Rücken gerade, Schultern hinten lassen. Blicken nach vorne ausrichten. Beweglichkeit. Beweglichkeit. Hüften. Vier. Drei. Zwei. 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 Und wieder locker marschieren. Wir kommen wieder zur Seite und ziehen immer die Hacken zum Hinten ranziehen. und die Arme zum Brustkorb heranziehen, Bizeps, Kör. Acht, sieben, sechs. Und den Arm jetzt jeweils zur Seite. Schwingen rechts, links, der Daumen zeigt nach hinten. Jawohl, ziehen weiter die Hacken zum Hintern. Dann kommen wir nochmal zum Butterfly. Die Arme sind zusammen. Öffnen und schließen. Noch acht, sieben, sechs, fünf, drei. Diagonal von unten nach oben ziehen wir jetzt den Arm. Von unten nach oben ziehen. Rechts unten nach links oben. Links und nach rechts oben ziehen. Noch vier, drei, zwei, eins. So, lockeres Pendeln. Fäuste vorne zusammen. Und die Rumpfdrehung nochmal. Schönen ganzen Oberkörper mitdrehen. Beweglichkeit. Schuttergürtel. Ausatmen bei der Drehung. Noch vier. Drei. Zwei. Und nochmal lang machen. Nach oben boxen. Von einer Seite zur anderen nochmal. Schön strecken. Lang machen. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Gut, wir schütteln die Arme locker aus. Nochmal boxen nach unten. Und die Schultern nochmal abwechselnd hoch und runter ziehen. Zu den Ohren. Hoch, tief. Ganze mit einer Kopftrehung nochmal verbinden. Lange so den Kopf drehen. Einer Seite zur anderen. Gut, und das war die Erwärmung erstmal. Fürs Erste zur Erwärmung. Das war die Erwärmung. Wir wünschen euch viel Spaß bei den anderen Sporteinheiten, die ihr euch noch machen wollt. Wir empfehlen euch auch mal unser neues Dähnungsvideo anzuschauen, damit alles wieder auf Länge gebracht wird. Bitte abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um auf den Neuesten zu bleiben. Lasst einen Daumen nach oben da und kommentiert freundlich. Wir wünschen euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.